Warte 3, Kampf Nr. 107, 1642, Kimmelbach, Wachs, Klotsch, Schockner, Kimmel, Kost, 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 Kost! Kost, 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 Kost! Kost, 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 Kost! Kost, 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 Kost! Kost, 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 Kost! Das war gut, Lekas. Aufpassen, dranbleiben. Schön aufpassen. Karte 3, Karte Nummer 1 oder 9, Wittelsplätze 23, die Löter. Viel gerne schaubt, wenn ihr euch raus gegen Eva, Nietzsche, Volker und Schöne. Ja, 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 tiefer! Ja, hopp! Schieb doch so, schieb, schieb, schieb! Schieb, hopp, schieb, schieb! Schieb! Ja! Ja! Schieb! Ja, genau! Zasa, das ist ja selig. Ty, ja! ...Kanz Nummer 1, dass Sie ins Klasse 3 haben, ich bin ein Freund. Das sind Wolfs-Schulung mit Aminor und Giesheim. Hatte zwei Kanz Nummer 1, dass Sie in den Klasse 7,4 haben. Großmarie, Fußauer und dann...